so jetzt holen wir uns schnell ein bisschen holz für das dach so und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft ja ja doch doch das gefällt mir das machen wir das mal im schnellen book job jetzt brauchen auf jeden fall durchsamer 6 12 18 24 stück ich glaube da kommen wir schon mal ganz weit mit oder ich glaube wir machen lieber 30 ich glaube das ist besser kaktus haben auch wieder ja so wie es nimmt langsam form man werden schlange am dach ich glaube dass nicht da haupt los habt doch einmal hoch und dann müssen wir hier auch mal eben du nicht was machst du denn da wieder genaß am blick am blick am blick wir haben wieder vergessen die musik anzumachen ich glaube das alles nicht wir werden alt wir werden richtig alt so dann müssen wir mal eben schauen so machen wir das mal eben ich entschuldige mich für diese kurze unterbrechung es war wieder nicht so geplant aber meistens kommt ja nicht so wie man das gerne hätte und dann bauen wir erst mal wieder runter so so zack zack oder das passt ja wie arsch auf einmal tschuldigung voll geil 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 ne was ist das schön da passt mal was so wie ich das gerne hätte und da ist das dach schon fertig wow wir haben das dach schon fertig hammer jetzt haben wir aber keine zäune mehr und wir brauchen zäune jetzt noch zäune machst du ja machst du das ist einfach die bühne normal ich habe nicht mit der schippe so tschüss kackviecher so so jetzt gucken wir uns unser meisterwerk mal eben an ja ja das gefällt mir das sieht gut aus so dann haben wir da schon mal ein dach jetzt müssen wir da oben noch ein bisschen zahlen machen damit wir nicht runter plumpsen und wir brauchen ja generell noch zäune so dann nehmen wir mal die dann müsste das ich hoffe dass das reicht dann wir bezweifeln ist einfach mal ganz kurzfristig wir schauen wir schauen wir machen das auf jeden fall erst mal hier fertig und dann B B B B B duc 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 disease jetzt muss man nur aufpassen moto auf jeden Ball warme Semmel ja wir haben es geschafft und fertig unsere Dachterrasse können wir über die wüste schauen und zur pyramide der k strain der k權verkoden jetzt müssen wir mal gucken wie wir am besten hier noch eine treppe wir müssen hier noch eine Treppe raufbauen. So. Hallo. Ich komme. Aua. Oh, es ist aber dunkel in unserem Lagerhäuse, lieber. Sollen wir eben ein bisschen Licht ins Dunkle bringen? So. Zack. Und. Nee. Geil. Du gehst weg. So, dann haben wir hier schon mal Licht drin. Ja, das ist schön. Das ist schön. Das ist sehr schön. Das gefällt mir. So. Meine Kackschlange, nee. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie kriegen wir hier am besten eine Treppe noch eben rein. So. Ich glaube, wir fangen hier mit an. Dann machen wir die Treppe einmal so. Wenn wir die jetzt da hinbauen würden, dann wird das, glaube ich, nicht so ganz hier runter passen, oder? Nicht so wirklich, oder? Gucken wir mal. Das könnte. Ey, Alter, was ist das denn? Das könnte aber doch passen. Ja, das könnte passen. Ja, das könnte sogar hinhauen, wie ich mir das denke. Schauen wir mal. Jetzt müssen wir erst mal so. Machen wir das so. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Und dann können wir hier nicht hochgehen. Dann kriegen wir voll einfach die Glocke. So. Dann müssten wir jetzt hier noch eine Treppe. So, irgendwie dumm, 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 dumm. Dumm, 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 dumm. Und dann hier so um die Ecke rum. Dann gucken wir mal, wie wir das so machen. Ne, das ist, das ist total kacke. Am Blick. Ja, wir machen das anders. So, da, 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 da. So, dann machen wir hier nämlich dann machen wir hier so. Zuck. Und jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's schwierig. Wird's schwierig. Okay, wir haben's. Jawohl, da sind wir in der zweiten Etage. Dann können wir das hier eben flicken. So. Und dann können wir von hier aus auch direkt hier raus. Ne, das ist dann auch wieder doof, ne? Dann müssen wir das hier ein bisschen versetzen. Genau, dann machen wir machen wir unsere machen wir hier hin. So. Und hier bauen wir das wieder zu. So. Genau. So, dann können wir hier draußen noch ein bisschen Licht machen. Zack und zack. So, dann können wir hier rein und dann können wir hier wieder runter. Wow, das ist cool. Das ist cool. Oder auch nicht. Warum geht das nicht um Ecke rum? Was haben wir denn da für einen Fehler im System? irgendwie geht das nicht so wie ich das gerne hätte ein bisschen so ein bisschen anders kommen wahrscheinlich nein das war der falsche wenn wir jetzt hier die trüppel stufe dran setzen dann müsste das doch gehen oder so book und book book jawohl soll jetzt haben wir es aber aber das sieht irgendwie doof aus müssen wir mal gucken dass wir das hier ein bisschen wegzimmern ja gut das lassen wir erstmal so sind wir mal eben unsere sachen ein blöb okay dann hätten wir das soweit dann machen wir hier noch unser letztes fenster rein so die kommt da weg die können wir dann nimmst fenster machen so jemand auch eine hin dann haben wir ein bisschen licht im dunkeln wunderbar wunderbar da könnten wir eigentlich eine doppelkiste hinstellen oder da war ein crafting table das war war wieder klar paul da hätten wir das soweit schon mal fertig dann müssten wir jetzt nur noch so können wir hier rausgehen wunderbar ja das gefällt mir doch müssen wir hier noch ein dach einziehen genau machen wir hier noch ein flachdach drauf ein fenster brauchen wir auf jeden fall noch und dann hätten wir soweit die klappe hätten wir das soweit müssen wir gleich noch eben eine treppenstufe machen jetzt schauen wir uns das mal an unser meisterberg wunderbar so schauen wir mal 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 genau und dann ziehen wir hier das oder liegt noch was für uns hallo genau dann können wir das hier einzäunen auf jeden fall noch ein paar zäune so dann haben wir das soweit schon und glas brauchen wir natürlich auch noch wir haben noch zehn sanden dann können wir erstmal ein bisschen den ofen anschmeißen und dann hätten wir unser sommer domizil schon mal so halbwegs fertig einmal den ofen an klack und bin ich doof ja klar es gibt jetzt nur zwei fenster dann müssen wir auf jeden fall noch ein paar fenster holen ja wir holen noch ein paar fenster ein bisschen sand brauchen wir noch wow der mond geht unter und dann ähm naja treppenstufen müssen wir noch machen sand ein bisschen holen und dann hätten wir das soweit schon mal und zäune auf jeden fall machen und dann hätten wir das erste sommer domizil fertig ja das finde ich ja voll geil ok so ich mache jetzt hier mal einen kleinen aufnahmestopp gehen wir mal ein käffchen trinken und ein zigarettchen rauchen und dann würde ich mich freuen wenn wir uns in der nächsten folge wiedersehen ok bis dann ciao wiii